gut also wie gesagt weiter geht es hier runter so Servus, danke. Einfach fahren. Dezent. Sorry, das war ein bisschen arg verbremst gerade. Es ist sehr schnell. Ja. Scheiße, ich muss doch treten. Ja. 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 ja ich denke hier ist halt abgesperrte muss ohne rum okay ich wollte gerade sagen der e-bike sprung alter was kommt da mit leiter ja und hinten dran ne leiter ne definitiv ne oh da kommt wieder einer mach doch extra, ich zähle genauso viel Wow so Wanderwegmarkierung und dann fahre ich mal weiter der Wanderweg weg ja ich guck grad da ist ja auch wieder einer Wanderwegmarkierung Untertitelung des ZDF, 2020 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 Puh! oh da war eine Bank ja ich fahr fahr mich vor alter was für ein tag das freu ich mich schon auf der Badewanne gleich wieder rechts oh ja schöne wurzel ha 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 wow 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 aber was machst du dann? und ich mache es jetzt wahrscheinlich genauso oder auch nicht also das war jetzt nicht ganz so geplant mit der Treppe, aber okay, gutes Fahrwerk so, finnisch, le finnisch, ne le deutsch, le deutsch, ich dachte le pfälsisch ja, das gehört noch dazu, kurz vorm Ziel, sich auf die zu maulen, das ist must have ach, machst du meine Kamera noch aus, weil das dumm geschwalzt ist auch noch drauf drehen wir noch mal so rum, dann haben wir jetzt noch mal ein schönes Bild man kann sich mal die geilen Bremsscheiben anschauen, so mit diesem Orange, das ist so richtig ich finde, das habe ich geil gemacht, es ist nicht schön, aber es ist geil es ist kein Wunder, dass du eine Sehenscheinentzündung hast, wenn du dein Fahrrad so zu Hause anguckst ach ja, übrigens, ich habe eine Sehenscheibenentzündung und war Radfahren schon die ganze Zeit ja, und ich sollte jetzt doch mal das Video beenden, glaube ich, weil warum haben wir den letzten Anstieg jetzt nicht mehr genommen weil ich am Arsch bin und, äh, weißt du, was geil ist? ich habe es verloren raten, was ich vorhin gemacht habe aber gerade wenig, das ist ein richtig böses Eck das ist ein richtig böses Bett das ist, das ist ein richtig böses Bett